das geht mir auf die nerven man fängst du so ein spiel an wasser und dann und dann steht dann da ja wenn du die figur bewegen willst dann musst du wer ist die drücken was heißt also kommen ohne scheiß sind die entwickler bescheuert oder was was natürlich weiß ich weiß doch was wir als standard oder nicht ja aber aber meine mutter hallo ist ja nichts mehr die wasser nicht ja bothering tutorials hallo wir sind piranhas zwei davon und erklären euch ein bisschen was über unseren alltag und über unsere probleme als entwickler und dazu gehören tutorials die nervenden bothering fürchterlich also es gibt menschen die stellen das tatsächlich ab ja schluss wir haben da schon mal darüber gesprochen über tutorials könnte auch unten in unserer karte nachgucken aber tutorials sind immer wieder thema bei uns weil wir halt oft danach gefragt werden könnte das nicht irgendwie ein bisschen anders machen oder einfacher macht ich brauche das doch nicht das nervt mich doch nur das doch standard und so weiter man weiß doch wie das funktioniert und so ja steuerung der figur und so weiter so weiter kampflos geht es gibt da irgendwie schon so eine sache wie ja der gelbe balken ist ausdauer der rote balken ist hp points ja und das ist doch völlig klar muss mir doch keiner erklären ja das stimmt schon das ist richtig aber es gibt auch sachen die sind verwirrend und darum haben wir weniger als 100 leute gefragt bist du jemand der gerne ein tutorial abstellen möchte oder findest du sie eher hilfreich und die haben folgendes gesagt ich finde sie super hilfreich also auch wenn ich halt seit jahren spiele das sind ja immer wieder andere spiele also ich mag tutorials tutorials können schon hilfreich sein gerade wenn zeit um schwierige rätsel geht oder mechaniken und man da wirklich ewig dran geknabbert hat dann ist auch irgendwann mal gut sage ich mal am besten ist es wenn man gar nicht merkt dass man in einem tutorial ist ich hasse tutorials ich möchte die auf jeden fall überspringen ich hasse tutorials ich hasse sie das erste was ist wenn ein tutorial startet ist ich drücke es käme um zu gucken ob das tutorial zu beenden geht oder zu überspringen ich bin auch jemand der erstmal versucht die kehrmöbelstück und anleitung zu bauen also von daher ich würde wahrscheinlich versuchen wollen erst mal abzustellen aber danach dann vielleicht doch noch mal versuchen anzumachen falls ich irgendwas übersehen habe nicht weiß mag ich nicht ich finde ich werde gegängelt im tutorial sachen zu machen also klar es ist schön wenn ich auf knopfdruck wenn ich brauche dann erklärt bekommen okay das macht die taste oder sowas oder manche tutorials sind ja auch ganz gut integriert und man merkt gar nicht dass es ein tutorial ist aber so spiele wo man die ersten zehn minuten rumläuft und dann steht da drücke jetzt um dich zu ducken und es tut mir leid also da kann ich nichts mit anfangen ich finde das ist auch irgendwie überholt brauche ich nicht das einzige tutorial modus was ich mag ist wenn das tutorial in den anfang vom game indikiert ist also man das gar nicht so mitbekommt das war bei elix zum beispiel wenn ich jetzt auf anhieb denke genauso und da gab es noch zwei drei andere games mir jetzt nicht einfallen wo das auch so war dass man gleich in das spiel reingeschmissen wird historisch schon angefangen wird zu erzählen und beim erzählen das tutorial gemacht wird so ein bisschen jetzt habe ich wieder zwei drei games gehabt da hat man so ein richtiges eigenes level wo man erst durchspielen muss wo man das richtige spiel spielen kann katastrophe für mich absolute katastrophe ansonsten ist es bin gehöre ich tatsächlich eher zu den leuten die das tutorial überspringen ja also das letzte mal als wir über das thema gesprochen haben haben wir unwahrscheinlich viele vorschläge bekommen wie man schöne tutorials einbauen kann dabei muss man erstmal unterscheiden zwischen diesen einfachen einblendungstexten die einem ganz grob steuerung und erste einführung spiel erklären dann hält aber auch das spiel an und du musst dir das durchlesen und dann musst auf eine gewisse taste drücken so ein pop-up text ist das genau ein richtiges tutorial halt erfahrene spieler für die ist das schon schön wenn man das einfach abstellen kann natürlich muss man als spieler quasi damit leben wenn ich jetzt sagt ach komm weiß ich schon alles krieg schon irgendwie hin dass man dann das eine oder andere neue feature vielleicht mal verpasst aber kriegt man schon irgendwie hin also man muss jetzt nicht nochmal erklären lassen wie das spiel gesteuert wird wenn man irgendwie was es sich den vorgänger schon gespielt hat und da hat es auch geklappt kann man aber also gerade neuere spieler oder leute die das den vorgänger vielleicht nicht gespielt haben oder so weiter die können sich das dann angucken finde ich schon sinnvoll dass das flexibel ist und dann gibt es so ideen wie bau doch die erklärungen ins spiel ein so immersive sachen sowas wie der schmied der da steht und sagt hier bei mir kannst du auch schmieden lernen in coolen dialog oder solche sachen wie ja hast du denn schon gesehen dass hier überall diese teleporter herumstehen wenn du darüber läufst dann das ist da schon ein bisschen eich mechanisch oder aber man könnte im grunde genommen sagen die geschmeidiger das spiel selber erklärt welche features es gibt desto besser also dieser tenor der kam einem schon entgegen warum erklärt man dann nicht bei jedem feature das es gibt einfach geschmeidig durch coole npcs und dialoge oder gameplay sachen dass es sich irgendwie selbst erklären ins spiel einfügt naja weil man bis zuletzt noch nicht so richtig weiß welches features tatsächlich dann auch in die sendung schafft und deswegen ist man da natürlich auch ein bisschen gehemmt weil die sprachaufnahmen sind dann irgendwann ja und zwar nach den zwei dritteln des der kompletten projektzeit und das letzte drittel muss man die dinge zum laufen bringen müssen dann gut aussehen und dann muss das irgendwie funktionieren die dürfen dann auch müssen dann auch übersetzt werden und sobald du die übersetzungen loslegst und dann die anderen sprachaufnahmen musst du dir so schon sicher sein dass das was du da sagst dann auch funktioniert und so weiter trotzdem ist der wunsch da das immer wieder zu machen weil es macht ja auch am meisten sinn wenn den pc da steht und dir erklärt ja in schön eingebetteten quest oder sowas ja wieso features funktionieren das macht ja schon spaß so ja wenn er nicht so platt zu dir sagt ihm ja da musst du die und die taste drücken das macht die immersion auch wieder kaputt aber zumindest so ein bisschen irgendwie ja wie man einen crafting tisch benutzt oder wenn man irgendwie so das ist natürlich toll ja das ist schön dass sowas dann auch funktioniert so aber das ist auch bei einer laufzeit von über vier jahren und mit dem ganzen kram und spannende geschichte erzählen und dem ganzen krempel natürlich schon ein bisschen und dann kommt das feature nachher auch nicht oder wird noch mal geändert das heißt es mag anfällig man muss also gut raten was man zum beispiel in dialoge packt was wo man ein bisschen länger für zeit hat sind zum beispiel so was wie zettel man könnte zum beispiel etwas über ein zettelchen oder ein buch noch erklären das machen wir auch ganz gerne dass man sowas noch ans spiel reinlegt und das ein oder andere features da noch mal fallen lässt irgendwie wozu ist was gut oder so dass das kann auch sehr gut in die im hintergrund der welt passen je nachdem wie man das ausschmückt aber es ist dann immer so ein bisschen ich sag mal in schlau wenn man das ein bisschen objekt orientierter formuliert solche sachen damit sie potenziell auch im spiel bleiben dürfen und nicht irgendwie nachdem die sprachaufnahmen zu ende sind oder die demokalisation gelaufen ist wenn das spiel in unterschiedliche sprachen übersetzt wurde dann dass man dann irgendwie sagt ach jetzt muss ich meine zettel alle rausschmeißen die zu dem feature irgendwie blablabla sind weil das feature wurde geändert das ist natürlich macht man es halt irgendwie so objekt orientiert und schreibt sagt dann irgendwie so allgemein so ich zeig dir jetzt mal irgendwas und bla und tut das dann einbetten dann kommen dann halt die entsprechenden texte dann oder so ja 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 haben wir auch schon gemacht gibt ein beispiel dafür wann kriegst du dann das jetpack von elex 2 du kriegst im dialog von dorkens ach übrigens ich habe hier noch ein jetpack falls du noch keins hast und dann kriegst du das dittl 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 hast du dann jetpack received so das war ein fallback das war ein notfallplan so und das heißt ich habe diesen dialog geschrieben weil ich wusste irgendwann brauchen wir das jetpack den wollen wir mal nicht direkt am spielstart schon haben dass die leute über freund und feind wegfliegen irgendwie sondern du sollst erst mal erklärt kriegen am anfang des spiels wie du kämpfst und wie du items aufnimmst und wie du läufst und den ganzen kram weil das gehört einfach dazu das mag neu sein oder nervig sein oder so aber du musst erst mal anfangen mit irgendwas so damit man die leute nicht sofort überfordert ein kurzes stück so und dieses kurzes stück das ist halt er kennt den spielstart von elex 2 wenn das gespielt habt da kommt man irgendwann kommt dann noch eine zweite cutscene wo man von monstern verfolgt wird und dann dann kommt der dialog mit mit adam ja und der gibt ihr dann die das jetpack so ja wir hätten es auch vorher hin tun können dann legt man es halt da irgendwie hin ja aber dann kann das sein dass wenn man es da hinlegt oder dahin liegt und dahin die und da und da dass der spieler trotzdem dran vorbeiläuft und die ganze zeit ohne jetpack das spiel spielt und sich dann darüber beschwert ja wie blöd ist das denn spielt kein jetpack so und einfach irgendwie erscheinen lassen so dass hast du das mit dem pop-up fand ich doof dann haben wir dieses dieses beispiel so ja übrigens du hast noch in deiner kiste daneben das macht seinem dialog das ist einfach gewesen da konnte ich es auch ins in dialog reinpacken und so ein fallback machen der dann nachher der standard war so dass das ist auch so geblieben so du war übrigens habe ich noch ein jetpack hier benutzt das mal weil wir keine bessere stelle gefunden haben oder eine bessere ja wo das spiel auf jeden fall vorbeikommt und das war halt garantieren dass der das jetpack hat ab dem dialog und danach wird das spiel frei und das ist auch unser problem das ist auf der einen seite ein gutes feature viel freier zu haben im spiel auf der anderen seite ist es aber auch das problem wo baust du das tutorial ein jetzt einfach mitten im spiel ständig immer denn ach jetzt will der mir irgendwas erklären das nervt doch oder das ist so ja genau der wunsch des spielers macht doch möglichst früh frei dass hier länger sich das zieht am anfang irgendwie diese einführung ins spiel desto blöder kann es werden also wollen wir möglichst wenn wir freiheit verkaufen auch den spieler möglichst schnell frei lassen dass er selber entscheidet was er als nächstes machen kann und sich auch völlig frei in der spielwelt bewegen kann oder könnte und das bedeutet dass man nur einen kurzen ausschnitt hat indem man den spieler einführt ins spiel und welche dinge sind denn jetzt in diesem kurzen stück so wichtig dass sie ins tutorial müssen und welche nicht welche darf man weglassen auch auf die gefahr hin dass der spieler sie vielleicht dann überhaupt gar nicht sieht oder dass er was ich 20 stunden spielt und dann erst rafft ach mensch ich kann ja hier noch was ganz anderes oder so es gab auch gerade bei elex 1 ist mir das aufgefallen und zwar ja eigentlich gar nicht mehr so dass viele spieler ganz lange gespielt haben am anfang ohne das jetpack irgendwie zu benutzen weil denen überhaupt nicht klar ist dass es da ist dass sie es benutzen können so ah ja hüpfen war es jetzt so lauf weiter und dann denkst du ja aber aber du kannst da helfen tooltipps die ab und zu mal auf blocken gibt ja auch in regelmäßigen abständen das irgendwie so vergiss nicht die alchemie zu benutzen einigen spielen so oder hast du schon deine spezialfähigkeiten benutzt und also bei bioshock ist das sehr häufig so eine bioshock das verleitet einen dazu immer mit der wummerung zu ballern und die magie die das spiel hat diese adam und ich weiß gar nicht so diese magie sprüche die man hat die 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 zu benutzen dann kommt dann irgendwann so vergiss nicht deine speziellen fähigkeiten zu benutzen so das ist dann so ein tooltipp ist das ein tipp der gegeben wird aber der der reißt sich nicht raus hält den bildschirm nicht an oder so oder macht macht der probleme sondern weiß und einfach nur mit so einem lämpchen hier guck mal du könntest oder wenn du an eine kante kommst wo man klettern kann hier kannst du klettern so die taste zum klettern drücken oder sowas so was haben wir ja auch eingebaut tooltipps finde ich richtig cool so ja das heißt die 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 müssen aber auch sich selbst erklären und die müssen so dezent sein dass sie nicht nerven dass sie nicht ständig nerven also es gibt einige von diesen spielen wie zum beispiel hierbei bei irgendein cameo gibt es dieses omno buch und wenn du dann zum beispiel irgendwo stehen bleibst und gerade irgendwie ach ich darf noch mal meine chips tüte irgendwie dann sagt das ding irgendwie ja geh doch mal weiter also wenn du jetzt nicht weiter weißt doch guck doch mal sind um die call ganz viele tolle informationen das alles schon gelesen ja ich habe es doch gerafft ja ich muss jetzt hier generell schaden benutzen oder ich muss jetzt hier irgendwie kampfkraut benutzen oder so ich weiß ich sehe es ich will es aber jetzt nicht so ja das ist natürlich schon dass die kehrseite der medaille von dieser art gibt es tatsächlich einige spiele die das so machen und wenn du im raum bist und irgendeinem charakter und du wartest zu lange für das spiel und das spiel dann denkt du kommst nicht weiter und dir dann schon sagt was du machen musst und und das ist kann auch enttäuschend sein weil du eigentlich schon voll gerafft hast und er sagt so ja aber du könntest ja versuch doch mal das und das zu kombinieren und du denkst ja da bin ich auch selber schon drauf gekommen hätte ich jetzt auch gemacht dünner dünner belach also schmaler grad was ist cool was ist nicht cool dass wie seht ihr das ist schon ist schon also manchmal hat man haut auch manchmal über das ziel hinaus und manchmal merkt man es auch nicht und so dann sieht man es auch nicht mehr wird man als erwickler betriebsblind ja das auch noch so ein ding das heißt dass man tatsächlich gar nicht mehr sieht ob das jetzt geil ist oder nicht oder ob das nervt oder nicht da muss man dann jemand anders entscheiden lassen dafür haben wir dann immer eine qa oder fokus gruppen test wo wir dann dann explizit hat warst du genug informiert über die über die die spielinhalte oder so als frage und direkt darunter haben die dich genervt das muss dann dahin vergisst man an diese frage kriegt man vielleicht da an der stelle kein feedback und dann lässt man es raus dann veröffentlicht man das spiel und dann sind die leute angenervt wie zum beispiel diese diese eieruhr von 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 item aufnehmen die wir nachher wieder rausgepatcht haben weil die leute genervt hat das weiß man dann auch in dem moment gilt auch fürs tutorial ab wann nervt es und ab wann ist es noch in sinnvoll ist echt schmaler grad häufig sind auch sachen die augenscheinlich erstmal das spiel realistischer und immersiver erscheinen lassen die dinge die am meisten nerven eines worüber wir auch sehr lange diskutiert haben in der vergangenheit und ruhig andere auch schon ganz lange habe darüber diskutieren lassen ist dieses feature irgendwie das hatten wir bei sebastian was war das nochmal für ein spiel die evil within genau das sind diese ja zeigt doch bitte keinen balken wo siehst dass die figur schaden genommen hat sondern lass sie doch humpeln oder keuchen oder sowas wo ich bin aus aus der aus der puste fasmo hat das jetzt zum beispiel oder dass du aber sehr dezent dass die figur dann hinkt so wenn sie läuft und so und weil das ist auch nicht lang wenn du da sowas falsch machst dann kannst du sagen möchte doch jetzt doch es geht doch oder nervt das geräusch im grunde genommen ist das auch nichts anderes als ein tooltipp so bleibt mal stehen regeneriere dich wieder oder nimm irgendeinen trank oder irgendwas das heißt das spiel weist sich darauf hin du musst etwas tun das ist auch nichts anderes als ein tooltipp ja oder bei dead space dass du hinten so die stase anzeige und die lebensanzeige von dem ding drauf hast und das alles cool das muss auch irgendwie funktionieren bei horizons beispiel haben sie diese diese wenn sich die figur irgendwie bückt um etwas aufzuheben irgendwie was ja im grunde genommen das auch realistischer macht irgendwie leute gesagt das dauert aber dann zu lange also es ist cooler wenn die überhaupt gar nicht wenn man an der figur gar nicht sieht dass den item aufnimmt sondern einfach so die items im vorbei lauht mit looten kann irgendwie das heißt da geht der trend dann dahin tatsächlich dass es weniger realistisch ist und aber dafür vom gameplay her einfach schneller von von leber geht das ist super interessant dass es diese beiden ne cremig fruchtig das gegenbeispiel ist kingdom come deliverance wo du tatsächlich jedes item aufnehmen zelebrierst was ist jetzt richtig hängt vom spiel ab ganz eindeutig ein vom spiel ab ja cool hast du eine community fragen ja bestimmt okay wenn die auch witzig könntet ihr euch vorstellen einen oder zwei mitarbeiter einzustellen die nichts bis kaum was anderes machen als mini spiele zu entwickeln die man in game dann über spiele oder flipper automaten oder spiele konsolen überall in edx verteilt stehen spielen kann gott erstmal muss die notwendigkeit da sein dass wir glauben dass das eine gute idee ist ja nur viel einbauen haben wir eine sendung darüber gemacht mehr feature better game ja ist die folge von letzter woche glaube ich dann so mehr ist immer besser prinzipiell ja aber zu welchem preis kommt dann erstmal dazu zwei leute damit dafür abstellen vier jahre lang nichts anderes zu machen als mini games und wenn du einmal so was gemacht hast musst du es auch immer wieder bringen das heißt diese leute sind dazu verdammt auf ewig wenn sie bei piranha balls arbeiten diese sache zu machen jeden tag schon mal das erste problem schwierig es muss schon ein bisschen interessant sein der job muss spaß machen na so weil wenn es nur noch als job empfunden wird mach meinen scheiß job dane dann ist das blöd so mini games finden wir nicht so sexy wir haben das oft eingebaut wenn sie oft auch kontextbezogen mini games gemacht bei piraten in risen zum beispiel messer werfen wett saufen und irgend so ein krempel ach nee also ich meine es ist es gemmich ganz lustig dass man so einen automaten kann tatsächlich benutzen kann aber dieses feature wäre uns auch nicht so wichtig welches mini spiel ist so geil dass der spieler sich wirklich damit lang aufhalten will da gibt es so die klassiker sowas wie wie pacman oder so ne aber im grunde genommen ist da jetzt so nicht so der fokus darauf dass man das so unbedingt braucht es ist halt eher geht halt eher in richtung easter egg würde ich sagen ja sowas und dafür würden wir denn jetzt die leute wahrscheinlich eher nicht einstellen sondern er für andere bereiche wo wir sagen da brauchen weil leute die das ganze ding nach vorne bringen ja wir sind schon sehr sandbox sich aber so auch wieder nicht also das fühlt sich für uns so an als hätte man irgendwie einem kind seine spielkiste vor die füße gekippt hier hab spaß so ja und ja womit denn ja mit der klötze da und das finden wir nicht cool ja das ist irgendwie sondern das ist um selbst weg wir haben einige eingebaut paar mini games das lockpicking game und das hacking game zum beispiel haben wir das sind ja so mini spiele aber viel mehr braucht das spiel auch nicht finden wir haben wir schon mal gemacht finden wir irgendwie nicht nicht wirklich cool macht macht uns keinen spaß so viel kleinen klüngel der einzubauen irgendwie der eigentlich mit dem spiel nichts zu tun hat dann machen wir lieber andere andere sachen wie an easter eggs und und gimmicks kleine rätselchen irgendwie die die haben wir dann mehr lieb ja cool vielen dank für eure aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns nächste woche wieder hier wenn es heißt piranha bank tv genau macht's gut bis dann tschüss tschüss ja welches mini game fandst du denn am besten von allen mini games die es jemals wie jemand ich weiß was ich am schlechtesten fand